ja und damit sage ich wieder hallo und ein herzliches willkommen zurück zu einer neuen folge force of nature wir waren ja beim letzten mal hier mitten im dschungel stecken geblieben und eigentlich wollen wir jetzt hier möglichst ohne ohne feindkontakt ist vielleicht übertrieben ohne dass wir hier mitten in irgendwelche vorden rennen in richtung nächstes force of nature stück das dachte ich schon ich habe irgendeinen übersehen den wir wohl mit nehmen müssen das hier ist eher die richtung der wahl ich weiß nur ob wir da überhaupt lang kommen scheinbar funktioniert es ging ja sogar besser als gedacht dann rissen wir doch mal wieder um müssen definitiv mehr in die richtung die Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay, da vorne ist wieder so ein Kamerad. Okay, da vorne ist wieder so ein Kamerad. Ja, 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 jetzt sind es schon zwei. Momentchen nicht hingeschaut. Ich bin doch noch gar nicht da. Oh, ich habe den zweiten. Ich bin übersehen, das darf ja wohl nicht wahr sein. Ja, natürlich ist das Maragd-Spitter weg. Was für eine Scheiße. Was für eine Kacke, jetzt habe ich nur, weil ich den... Oh, Mann. Weil ich den blöden Skorpion übersehen habe. Kann man jetzt nochmal neue Trinkeherstellung. Klasse. Das heißt, Kommando von vorne, Täublinge, Täublingspulver und so weiter und so fort. Ach, Mist. Und dabei waren wir tatsächlich schon so weit gekommen. Oh, das ärgert mich jetzt. Ich habe den... Ich habe den einfach nicht gesehen, den blöden... Blöden Skorpion. Everystagabend. Ich habe den Augen von vorne. innen. Ich binTM.. Sonst schauen wir mal noch mal. Immerhin die neuen können wir ja noch machen. Ohne Wasser fahren wir natürlich erst einmal nichts an. Toiblinge haben wir ja noch. So dann drücken wir es mal noch mal mit der Agare. Ohne. Ohne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dann macht man hier nochmal neues Pulver Mal gucken, ob das drüben schon fertig ist Ob hier können wir eigentlich auch gleich da reinpacken? Warte ich das nicht, wo hab ich denn das? Hä? Hä? Okay, bleib da rein Papier sollte man vielleicht da irgendwie mal einen Nachschub machen? Da brauchen wir aber dann erst noch Kleber Okay, das muss noch ein bisschen warten Das muss man ein bisschen warten Dann holen wir jetzt hier noch schnell die Erdbeerenpflanzen Dann lassen wir da noch eine Runde neu an Und lassen es dann einfach für die Folge gut sein Und dann machen wir in der nächsten Folge einfach noch eine Runde Kleber Und nochmal eine Runde Tränke Und dann sollten wir vom Stand her wieder da sein Bevor wir losgelatscht sind Das sollte dann eigentlich passen Soweit Genau So Okay No nicht so die letzten sind noch bestückt und ja damit sage ich dann für die folge einfach danke fürs zuschauen macht's gut und bis zum nächsten mal da schauen wir dann dass wir unsere tränke wieder auf stand bringen